Ich befinde mich gerade auf sehr engen und windigen Straßen an die Wied. Ich bin heute mit Martin verabredet. Der hat hier einen absolut phänomenalen Angelplatz und wartet da auch schon auf mich. Und er sagte, das Ding hier ist voll mit Hechten und keine Sauangel drauf. Naja, lass mich ja nicht zweimal sagen. Außerdem schmeißen wir wieder Frohlich raus und ich habe noch ein kleines Je ne sais quoi mit am Start. Und das testen wir heute auch das erste Mal aus. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. So, jetzt schauen wir uns das nochmal. Leute, guckt euch das an. Ein Storch am Start und ich guck mal, wo ich jetzt hier den Matten fülle. Wunder, wunderschönen guten Morgen. Soll ich anklopfen oder was? Film mal den Pen noch. Moje. Moje. Du machst direkt schon Druck. Fahnsinn, ey, ehrlich. Einfach rausgeschmissen. Ich dachte, wenn du zum Zweifelsen roten hast. Sau dir. Kommst du aus euch helfen? Ja, dem geht. Ich bin jetzt geklopfen. Gute halt. In der gleichen Köder hab ich jetzt reich gesucht. Dank. Dragen lassen, wieder rausgeschmissen. Komm. Das ist ja voll der Sack, den du hier durchs Wasser ziehst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit vereinten Kräften wird hier dem Fisch nachgestellt. Hilfe! Schatz, hilf mir! Ich bin nicht dran! Oh, einfach! Oh, richtig! Oh, richtig! Oh, richtig! Das sieht dann gar nicht mehr so professionell aus wie sonst. Nichts ist hier professionell. Alles nur gespielt? Ich schwenke gleich nochmal hier auf meine Baitcaster Grundruten-Konstruktion. Da aufgrund der Windverhältnisse eine Stellfischrute absolut unpraktikabel war, sieht das Ganze jetzt absolut semi-professionell aus. Nichts! Nichts! Absolut nichts! Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Ich würde ja gerne sagen, dass nach zwölf Stunden ja immer noch was passieren kann, aber naja. Da ich zu dämlich war, den Tagesschein zu lesen, hat sich meine Hechtaktion dann auch relativ schnell erledigt. Die Chancen standen gut, aber ich darf es einfach nicht mit einem Tagesschein. Daraufhin haben wir dann die Stellfischrute als Grundrute umgebaut, die den Wind aber dann nicht mehr trotzen konnte. Und dann wie so ein Fähnchen den Wind die ganze Zeit hin und her gepimmelt ist. Darum haben wir dann jetzt die Baitcaster genommen und als Grundrute umfunktioniert und es wird wohl nicht an der Route liegen, dass nichts beißt. Und ein paar Pieper gab es, aber egal, aber wir hatten einen Mordspaß bis jetzt gehabt und darum geht es. Und ja, dass das kleine Je ne sais quoi, was ich für heute versprochen habe, gibt es dann halt beim nächsten Mal. Aber es hat heute schon bewiesen, dass es funktioniert. Dazu aber dann, oh warte mal, wie gesagt, folgt mir für mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020